so leute hier sind wir wieder bei neuen video zu dragon ball super jugend und zwar heute testen wieder drei neue charaktere genau drei habe ich jetzt gerade nur anguckt weil wir testen diese folge auf jeden fall cover paulie flach und kale und im nächsten part dann kevlar hit und frost und ja das habe ich heute auf jeden fall mit euch vor ja ich würde sagen wir fangen mal mit kabel gucke mal sowas schönes was der auf jeden fall kann und wir kämpfen einfach mal gegen tapion ich hoffe das spiel stützt sich wieder ab da hatte ich nämlich die letzten zwei folgen ein paar probleme es wäre scheiße sage ich mal aber es lässt sich leider nicht verhindern so und da haben wir verkarren da fühlt sich ja ganz schlecht da ist nicht schlecht diese alte buduka musik ich liebe sie wotter fack der cover gefällt mir eigentlich gerade sogar sehr gut vom moveset also von den attacken herrn nur schlecht ok leider müssen die passagen schufe schaden 2 doch noch nicht schlecht wie gesagt mit jedem charakter probiere ich immer so ein bisschen aus weil wie gesagt das ist das erste mal dass ich dann auch mit euch den charakter spiele deswegen werden wir auch wie gesagt wenn ich die euch die alle charaktere gezeigt habe werden wir damit auf jeden fall auch so richtige kämpfe machen wie ich euch das versprochen habe nicht schlecht hat aber leider nur eine attacke schade also eine ulti sehr 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 schade aber gefällt mir auf jeden fall sehr gut kann man nicht mehr kann so das war schon der erste dann gehen wir mal weiter zu ko liefler wir kämpfen einfach jetzt in wasteland bevor das spiel wieder abstürzer auf habe ich nämlich keine lusten so 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 ja wir doch hier vor ein bisschen stärker wir können uns natürlich noch eine stupe weiter das bild sieht echt geil aus eieiei what nice hat aber auch nur leider eine schade aber das sieht echt geil aus so und dann kann man natürlich noch zu okay dann wie gesagt im nächsten part sehen wir uns dann kevlar hit und frost immer gespannt dass sie drei so drauf haben zwar wieder zufall genommen das ist nicht gut ich hoffe ja gut weit so 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 und so so verwandeln leider nicht ne keine verwandlung schade so hat leider auch noch eine ulti schade 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 naja gut dann hoffe ich euch hat das video gefallen wie gesagt beim nächsten mal sehen wir uns drei andere universum sechs kämpfe an und ja wir sehen uns dann auf jeden fall wieder hauterein und ciao ciao so so